Servus Leute, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town. Mit dabei sind heute Zischl, Darlucat, Gwenz und Crabzone. Ja, das waren auch schon alle. Und DJ. Ja. Inno? Inno! Wieso könnt ihr denn schon Inno sein, wenn bei mir nicht mal der Körper ist? Dann bist du Traitor. Bei den Inno steht das immer er, ja. Wenn ich sie sehe, dann töte ich sie sofort. Zischl hat sich verraten. Super Idee, danke, ich bin der Detective für Spaß. Hier ist sie, sie ist ein Detective Traitor. Detective Traitor, oh, das ist selten. Detective Traitor. Das kommt nur einmal alle Äolen vor. Licht aus. Alle fünf Jahre soll es Licht aus. Da ist noch einer, der Detective Traitor ist am Licht. Der legendäre Detective Traitor. Boah, verdammt. Mit dem Prügelknüppel. Ich wünschte, ich hätte eine Waffe, denn hier, Grenze, Grenze. 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 Gehen die Kammern zischeln. Nope. Ich will erst eine Waffe haben, danach muss ich dann Grenze töten. Oh, da wird geschossen. Dalu ist auf mich geschossen. Hab ich nicht? Und ob. Guck meine Waffe nach. Ich hab noch komplette Monoren, ob du auf mich geschossen hast. Wo sind sie? Ach, hier sind sie. Also wenn ich Dalu sehe, töte ich ihn. Mal geloben dann. Das ist eine gute Idee. Das ist Traitor-mäßig. Oh, Mann. Das ist aber ein Traitor-Verhalten. Hä, hier ist bei mir grad einer rumgebackt. Hier guckt ein Kopf durch den Boden bei mir. Okay. Hey, Krabs, du bist noch eine Pfeife. Ich seh dich, Krabs. Ganz schön gruselig, Krabs. Jetzt haut er ab. Da geht er einfach raus aus dem Raum. Wo ist er? Ich hab ihn gesehen. Krabs ist am Billardtisch gewesen und hat Schiss bekommen. Okay. Oh, Entschuldigung. Oh, es wurde schon wieder geschossen. Ja, das ist wieder Krabs. Oh, Entschuldigung. Aber ich bin true innocent. Ah, ich bin true innocent. Ich bin true innocent. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ich bin true innocent. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Also DJ, ich hab gerade auch geschossen. Wow, Dalu. Nee, DJ hat ihn getötet. DJ hat ihn getötet. Ihr habt's alle gesehen. Der hat mich auch abgeknallt. Guck mal da. Ich dachte, das wäre Grenz. Ich hab immer noch keine Waffe. Verdammt nochmal. Boah, wer schießt hier? Wer hat hier grad... Der war hier in dem Raum. Das war... Dalu. Warte darauf, dass ich sterbe. Das war Grenz. Nein, das ist Dalu gewesen. Das ist Dalu gewesen. Hier, ich verfolg Dalu. Er ist in dem Traitor-Raum. Da kann nur der Traitor rein. Gut, such ich mir halt jetzt ne Waffe. Dalu, du bist es, oder? DJ kommt. Er hat das Licht ausgemacht. Ich werd angeschossen durch die Tür. Glaub ich aber nicht. Grenz verfolgt mich. Grenz verfolgt mich. Ziche, wo bist du? Ich hab ne Waffe für dich. Nein, geh weg. Nein, ich hab wirklich ne Waffe. Achso, du hast eine? Das ist mir egal. Ich habe eine. Ich hätte dir auch eine gegeben sonst. Weil ich bin ja Eno. Warum? Ich hab Angst. Ich hätte ne Waffe gegeben. Ja, natürlich nicht. Häng ich jetzt echt in dem Bild fest? Wie Dardosch damals? Hier, Ziche. Hab ich... Ne, du bist wieder frei. Vertrau mir. Und jetzt häng ich wieder. Hey. Hey, Ziche, ich hab die Waffe weggeworfen. Ich trau dir nicht. Die Waffe liegt doch vor dir auf dem Boden. Kannst du mich jetzt wenigstens wieder heilen? Wie mach ich denn das? Äh, C drücken. Ich guck auch weg in der Zeit, weil du sonst in das Menü gehst und ich den abschließen kann. Und dann das portable Medikit auswählen bei Equipment. Achtung, da kommt einer hoch. Da kommt einer hoch. Ich bin das. Äh, warte mal. Willst du grad Dalu heilen? Die will Dalu heilen. Da kommt DJ, da kommt DJ. Zischl, pass auf. Die sind beide hier. Pass wieder auf. Also der Traitor ist auf jeden Fall jetzt mit hier oben. Und ich glaub ehrlich gesagt, das ist Dalu. Zischl. Oh, gib mir einen Moment, Mann. Ich glaube auch, es ist Dalu. Zischl, pass auf, wenn jetzt einer schießt, ist der Traitor. Grant war zu lang mit mir alleine. Der hätte mich locker töten können. Es ist einer von euch und das tut 100%. So, jetzt hab ich den Medikit. Okay, DJ, es ist es. Was? Jetzt brauch ich ihn gar nicht mehr heilen. Bin ich es? Oh mein Gott, ich hänge. Ich hab keine Muni mehr. Ich auch nicht. Aber ich hab noch ne andere Waffe. Wow, du brennst. Ja, du bist im Fallschaden. Er hat einen Flairgun gekauft. Ich... Oh Mann ey. Waro hat mich abgeschossen. Random Killer. Ich hab... Ich hab zwei falsche getötet. Ja. Ja. Zischl, warum vertraust du mir denn nicht eher? Weil sie schon zu oft getötet wurde. Das fragst du noch? Ich war so vertraut. Ich werf die Waffe vor ihr weg und dann fängt sie an zu schießen. Oh mein Gott, er wirft mit Waffen auf mich. Das hab ich auch... Das hab ich doch auch schon gemacht. Das sind doch die alten Kamellen. Mich hat's nur gewundert, dass DJ das nicht gemerkt hat, weil ich hab, glaub ich, vor seinen Augencrabs 1 an die Decke gehängt. Nee, bei mir ist der... Ich hab gesehen, dass du mit der Leiche abgehauen bist. Bei mir lag der aber am Boden. Ich hab den nicht an der Decke hängen sehen. Ah, okay. Komisch. Ich hab keine Waffe. Das ist irgendwie jetzt nicht so... Ich wollte nämlich vorhin auffragen. Ist das nicht die Map, wo man die Leute an die Decke hängen kann? Inno. Und dann ist Grants wieder Traitor. Dann bin ich schon wieder Traitor. Oh nein, und ich hab keine Waffe. Was soll ich jetzt tun? Dalu, was soll ich tun? Er schlägt mich! Grants hat mich geschlagen! Bitte nicht töten mich! Oh Gott, ich hab nur noch 63. Du hast mich aber auch geschlagen. Ja, ach nee, war ja auch lustig. Also bin ich dafür, dass wir Grants töten. Ich hab keine Waffe. Weißt du, wer gerade komischerweise die Klappe hält und noch gar nichts gesagt hat? Wo ist er denn, der gute Krabsnack? Ich sitz hier drin. Hast du die Bombe gerade entschärft oder was? Sischl, dann töte du mal bitte, ähm, Krabsnack. Nein, weil DJ dich dann in den Rücken schießen will. DJ ist hier schon crude, äh, cruel. Ja, der hat aber eben zwei Leute getötet. Ich hab nicht mal ne Waffe. Wie soll ich denn da Traitor sein? Ja, ich hab meine Waffe gerade weggesteckt. Lass mal die Aufnahme noch raus. Mein Karma ist versaut. Oh, oh, dann hinten sitzt da einer. Sischl und ich hier. Ich hau ab. Inno und Detektiv. Ja, ja, so wie letzte Runde. Ich weiß es mir. Wie denn? Soll ich ihn erschießen, den Traitor? Der da am Kamin steht? Komm, DJ. DJ, komm mit. Los. Raus da. Die knallt mich. Wer hat mich grad abgeknallt? Ah, ich hab ne Waffe geschossen. Kramps hat geschossen. Kramps hat geschossen. Zischl! Ist mir doch kackegal. Guck nach. Nein, er wollte sich nicht versenden. Ja, du warst schon wieder innocent. Das ist unglaublich. Grants ist es, Grants ist es. Ey, Sierke hat im Gang verschwunden, nachdem er mich abgeknallt hat. Und ich konnte nicht durch Verlangen. Ich hab die Dorei abgeknallt. Du bist grad hier in dem Gang verschwunden. Ach, das ist Zischl, okay. Die suchen Grants, ne? Ja. Wenn es Grants jetzt aber schon wieder ist, dann stimmt doch was nicht mit den Einstellungen, wenn Sischl schon wieder Detective war und er schon wieder Traitor. Zufall! Ja, ja, ja. Wer lebt denn noch? Hallo? Wurde vor meinen Augen, der Ding ist erschossen. Ich lebe noch. Das heißt, okay. Wo ist Grants hin? Problem ist, er und Dalu Candy Map, haben sie vorhin selbst gesagt vor der Aufnahme. Also, Grants ist wahrscheinlich... Wer hat Sischl erschossen? Letztes Mal, das war Grants. War Dalu. Ne, Dalu ist tot. Hm. Und ich habe vorhin gesehen, wie Grants in dem Gang verschwunden ist, nachdem man auf mich geschossen hat. Und er ist jetzt ruhig. Wer ist das? Ich stelle erst... Ich schieße... Hä? Ja, aber es ist wirklich... Warum hast du denn auf mich geschossen? Weil ich sie nicht vertraue. Also, irgendwas funktioniert bei der AWP bei mir nicht. Ich habe mehrmals gedrückt beim ersten Schuss und der hat nicht gelöst. Hä, das war richtig komisch. Wie konnte Grants mich denn töten? Er hat mit der AWP in den Rücken geschossen. Ja. Aber irgendwas stimmt da nicht, Dalu. Wir müssen noch mal gucken wegen... Also, bei mir geht der zweite Schuss immer. Ich baller sie immer leer. Ne, bei mir ging jetzt der erste schon nicht. Vielleicht, weil die Jaja... Äh, diese Jihad-Bombe geht ja auch nicht richtig. Vielleicht ist da doch irgendwas noch faul. Bitte keine Random-Kills mehr, Zischel. Überlege ich mir noch. Hab dein Kopf gefallen? Ja, ich hab dir wieder so ein bisschen... Warum schmeißt du mir gerade eine Auge? Wie hab ich fallen gelassen? Ich bin schon wieder Traitor. Vor wegen dem Schock und so. Ja, genau. Du bist mir auf den Kopf gefallen, ey. Hey, du bist nicht kein Detektiv. Ich bin Traitor. Äh, du bist Detektiv. Ach ja, warum willst du das wissen? Jaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Vielleicht wurde es jetzt getauscht, vielleicht ist Zischel jetzt Traitor. Nope, ich bin Inno. Hier, Zischel, nimm das. Hast du mir da gerade ein Baby hingehalten? Ich glaub es ist Krabs. Nehme ich. Ich sehe DJ, Zischel. Ich sehe euch alle. Gib mir diesen Baby. Hier ist es. Da hinten liegt's hier oben Warte, ich werfe dir das rüber, Tesshle, ich werfe dir das rüber. Wer schießt? Komm, wir werfen jetzt einfach die ganze Zeit. Baby Weidwurf. Einer mit einer Galil hat geschossen, sobald ich will mit einer Galil schieße ich. Mit der rechten Maustach hebst du es auf. Ich bin dabei, ach jetzt. Ja, aber irgendwer muss da auch der Ding sein hier. Oh. Moment, Granz kann es gar nicht. Was macht ihr da mal? Granz ist ja Detective, das würde keinen Sinn machen, wenn der hier jetzt... Granz, du hast nicht geschossen, oder? Granz, lebst du noch? Nein, nein. Du hast nicht geschossen? Nein. Hast du gesehen, wer das bei dir war? Nein, ich bin in der Bibliothek gewesen. DJ oder Krabs, wenn einer von euch Inno ist, er schießt den jeweils anderen und das Spiel ist vorbei. Ich bin nicht Inno. Warte. Da wird geschossen. Da du schießt, ich schieß auf DJ. Ach, was hab ich denn gesagt? Ja, Krabs, du Idiot, ey. Ich hab gesagt, ich bin nicht Inno. Du, ich sag nicht, Alter. Ich war nicht Traitor, meinst du? Ja, ich war nicht Traitor, meinst du? Ups, was? Oh, das ist so schön. Endlich kann ich dir in den Kopf schießen, ohne dass du stürmst. Dann hättest du einfach den anderen erschießen müssen, dann hätten wir den Fall gelöst. Aber danke. Dadurch ist mein Karma wieder ein bisschen hochgegangen. Weil... Zichel und ich waren da oben die ganze Zeit und Granz ist Detective. Das heißt... Wir haben uns die ganze Zeit das Baby hin und her geworfen, ja? Sowas verbindelt. Bis wieder einer stirbt. Ich hatte wirklich nicht geschossen. Ich hatte wirklich nicht geschossen. Weil er vom Baby erschlagen wird. Das kam schon öfter vor. Ich schaff wieder die Mörderpuppe. Oh, die Waffe krass. Ich will eine andere Waffe haben. Ich will überhaupt mal eine Waffe haben. Dalu ist auf dem Dachboden. Ich bin auf dem Dachboden. Ich bin inno, Traitor. Ich bin Detective. Eno. Ich hab's inno. Oh Mann, ich möchte einmal bei mir eben Traitor sein. Zischel ist Traitor. Wir können uns von mir aus auch gerne wieder die ganze Zeit das Baby hin und her werfen, wenn Was ist los, Krabsen? Ich will ihm bei... Fliegende Waffen. Ich seh nichts mehr was. Zischel lügt auch noch, jetzt. Ach, du bist Detective? Ja. Dann suchen wir doch das Baby. Wo hast du das Baby hergehabt? Ich kann dir zeigen. Soll ich dir mal echtes Baby zeigen? Soll ich dir mal einen echten Hasen zeigen? Oh Mann, da. Ja, dann bleib ich einfach hier stehen und du holst das Baby. Ja, du hast aber nur noch 4 Minuten 20. Irgendjemand rennt hier durch den Traitorgang. 4 Minuten 20 wofür? Um die Runde zu gewinnen als Traitor. Ich bin aber nicht der Traitor. Wenn du mir das Baby holst, dann können wir uns jetzt die nächsten 4 Minuten hier hinstellen und ich beweise dir, dass ich unentschuldig bin. Ich bin bei Crab. Okay, dann bist du da oben. Endet die Runde nach Zeitablauf. Ja, ich weiß. Der ist Baby. Ich seh Dalu. Oh, Entschuldigung. Was? Auf Dalu wurde geschossen. Zischel hat auf mich geschossen. Ich hab Baby. Wo ist das Baby? Zischel hat sich so verraten. Drei Mal. Dalu, ich bin hier in dem Raum bei dem Piano. Wo ist das Baby? Da wurde schon wieder geschossen. Ich hab auf das Baby geschossen. Wo ist denn dieses Baby? Dalu? Ich bin hier hinten, Dalu, im Pianoraum. Da ist eine Bombe explodiert. Das kann nicht Zischel gewesen sein, die weiß nicht wie das geht. Ich bin hier hinten. Somit ist Zischel schon mal enorm. Ja und ich hab ein Baby in der Hand. Ja, nachdem du die Bombe gelegt hast, hast du das Baby geholt. Legst du das Baby auf den Boden. Das ist eine Sache zwischen Dalu und mir. Wo ist Dalu? Da ist Dalu. Wir haben hier noch einen Traitor unter uns. Hier liegt eine Leiche übrigens. Wie kannst du bei der Leiche vorbeigelaufen sein? Wer ist es gewesen? DJ, okay. Grenz, du bist der Einzige neben mir, der noch Bomben legt. Weil Krabs hat auch keine Ahnung davon. Ja. Würde ich nicht drauf wetten. Ich doch. Ja, dann wird's wohl Krabs gewesen sein. Was ist das denn für eine Spielfolge? Jetzt ist er tot. Sag mal, warst du das gerade? Nein. Dalu, warst du das? Nein, natürlich nicht. Dalu ist doch der Detective. Ja, deswegen ja. Oh, moin. Oh, moin ey. Wo bist du? Ah, macht's gut. Oh, hier oben geht's auch noch lang. Ich seh nicht durch die Tür. Das ist schlecht. Und was hat ich gesagt? Die Maffe hängt so durch die Tür durch. Ich könnte mich da nicht einfach umbringen. Ich bin schon das dritte Mal. Dalu, warst du das? Ja, natürlich. Ich hab sie alle erschossen. Hat die Bombe dich erwischt, DJ, oder? Ja, anscheinend schon. Ah, okay. Ja, die Bombe hat mich getroffen. Die Bombe könnt ihr mit C kaufen übrigens. Deswegen, da wusste ich, dass du gekommen bist. Also, Zischl fällt dann schon mal weg, wenn's um sowas geht. Der ist genauso, wie wenn jemand den Poltergeist nutzt. Das mache immer nur ich. Den Poltergeist finde ich auch echt kacke. Na, der ist eigentlich geil, weil irgendwann explodieren einfach die ganzen Sachen und fangen an zu brennen. Was für ein Poltergeist. Das war auch so eine Traitorwaffe. Poltergeist. Ich hab keine Waffe. Scheiße, wenn ich jetzt Traitor werde, dann bin ich es. Wieso ist die Eingangstier? Innocent. Innocent. Ich auch nicht. Wollen wir uns duellieren? Wrenz hat das Licht aus. Wrenz hat das Licht aus. Warum bin ich denn nie ein... Ja, schieß ihn einfach, okay. Tischl ist Traitor. Achja. Er haut mich. Ich hab dich gar nicht getroffen. Ja und, aber er hat nach mir geschlagen. Ich will doch nur das Licht anmachen. Dalu will mich einsperren. Krabs, geh in die Kamera, da bist du sicher. Ich bin dafür, dass Dalu es ist. Tischl, geh in die Kamera, da bist du sicher. Du willst mich nur schütten. Oh, ich hab ne Waffe. Ach, das ist aber ne Scheißwaffe. Tischl, geh da rein. Ich will da reingehen, aber nicht, wenn du mir sagst, dass ich da reingehen soll. Okay, geh nicht da rein, Tischl. Kannst du kränken? Äh! Wo ist er hin, ne? Schnell weg hier. DJ hat da hinten ne Bombe gelegt. Im Badezimmer liegt ne Bombe! Natürlich! Dann guck doch dahin, da ist keine. Im Badezimmer liegt keine. Weil ich ihn erwischt hab, ist da reingegangen. Wenn da jetzt gleich keine Bombe hochgeht, knallen wir an. Da ist keine Bombe. Da wurde einer getötet! Dalu, Dalu ist es. Teleport! Angelogen! Ich hab nur die Mac-10! Ich hab nur die Mac-10! Fick dich, ich wollte dich gerade töten. Was? Der war's nicht. DJ ist es! Warum, der hat Dalu jetzt jeden? Weiß ich nicht. Sie schon hätte mich gekillt! Du hast doch Zeichel abgekleilt, oder? Du hast doch Zeichel abgekleilt, oder? Wann sie mich ja rumgebracht hätte wieder! Du hast doch Zeichel abgekleilt, oder?